Hallo Leute, die Season 8 ist am Start und die Woche 6 der Herausforderung beginnt schon am Donnerstag. Und ich helfe euch dabei, diese Leichter abzuschließen. Die heutige Aufgabe ist, suche dort, wo das Messer auf der Schatzkarte im Ladebildschirm steckt. Wenn ihr alle Herausforderungen sicher erreichen wollt, dann abonniert jetzt kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ihr werdet das aber bestimmt nicht berühren. Und hier kann man den grauen Fleck sehen, wo sich die Stelle befinden wird. Hier werdet ihr die Herausforderung dann erfüllen. Nochmal vergesst das kostenlose Abo nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr mit der Auflösung der Herausforderung. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, Like da lassen und kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Rami.